Hey, was ist eigentlich das Studium Plus? Ganz einfach, der Bachelor ist aufgebaut in Veranstaltungen am Studienort, virtuelle Live-Seminare und den Rest kannst du in unserem Online-Campus abrufen. Wähle zwischen Brand, Business, Fashion Management, Wirtschaftspsychologie oder vielen weiteren Studiengängen. Egal, wo dein Fokus gerade liegt, unser Studium Plus ist perfekt für dich, wenn du dir deine Zeit flexibel einteilen willst. Ob für deinen nächsten Karriere-Schritt, dein eigenes Start-up, deine Freizeit oder ein Ehrenamt. An vielen Studienorten deutschlandweit. Noch Fragen?